Jahrelang herrscht in unserer Welt Frieden. Aber etwas kommt auf uns zu. Ich kann es fühlen. Dunkle Mächte brechen über uns herein. Rückzug! Spür diese Bestien auf, was auch immer sie sein mögen. Unsere Welt stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Wenn unser Volk überleben soll, müssen wir hier eine neue Heimat finden. Was auch geschehen mag. Was auch geschehen mag. Wenn wir kein Bündnis schließen, wird unsere Welt untergehen. Das muss nicht passieren. Es gibt einen, der uns vielleicht zur Seite steht. Für Orks gibt es kein anderes Leben als Krieg. Mit Hilfe der Menschen könnte es eines geben. Warum seid ihr hier? Um unser Volk zu retten. Können wir ihm trauen? Das sind Bestien. Die gehören allesamt vernichtet. Bist du dir ganz sicher? Wir beschützen das Königreich. Du und ich. Du stellst dich auf die Seite der Menschen. Gegen dein eigenes Blut. Das ist Selbstmord. Wir haben keine Wahl. Wir greifen an mit voller Stärke. Was auch immer du vorhast, tu es jetzt! Ich sage die Augen. Frau國 seemed an幾 Tipp. Ich sage dich auf jeden Tag. Danke, dich nicht zuerst. Bist du erst. Ich sage dich, es sich so leriel. Vielen Dank.